Nachdenkseiten Die kritische Website Russischer Fernsehmoderator warnt die Deutschen in drastischer Form. Aus Moskau berichtet Ulrich Haydn. Der russische Präsident Wladimir Putin gab sich nach den Ankündigungen aus Paris, Washington und Berlin den Einsatz von Waffen gegen russisches Kernland zu genehmigen Wortkarg. Er erklärte nur, die Vertreter der NATO-Staaten sollten sich Rechenschaft ablegen darüber, mit wem sie spielen, wenn sie Kiew erlauben, legitime Ziele in Russland anzugreifen. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte, es habe schon Versuche gegeben, mit amerikanischen Raketen auf Ziele in Russland zu schießen. Aus russischen Medien äcklingen teils harte Reaktionen. Sprecherin Maria Sachadova. Eine inszenierte Diskussion. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sachadova, hatte bereits am 30. Mai erklärt, die Diskussion darüber, ob die NATO-Mitglieder diesem oder jenem erlauben, Waffen gegen das alte Territorium Russlands einzusetzen, ist ein Wortspiel, eine inszenierte Diskussion, an der man einfach nicht teilnehmen sollte. Die Ukrainer seien einfach nicht in der Lage, selbstständig die Waffen aus dem Westen einzusetzen. Das sei nur mithilfe von westlicher Satellitenaufklärung möglich. Die Flugbahnen der Geschosse werden von den NATO-Ländern bestimmt, erklärte die Sprecherin. Sachadova verwies auf eine Äußerung von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der erklärt habe, dass Großbritannien der Ukraine die Lenkwaffe Storm Shadow über eine lange Zeit ohne jegliche Einsatzbeschränkung geliefert habe. Der ehemalige russische Präsident und jetzige stellvertretende Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, gab am Freitag über Telegram eine scharfe Erklärung ab. Darin heißt es, die NATO agiere, was den Einsatz von Waffen betrifft, mit fortlaufender Eskalation. Medvedev erklärte weiter, Kriegstechnik und Spezialisten der NATO-Staaten, die gegen uns kämpfen, werde Russland vernichten, und zwar auf dem Territorium der Ukraine wie auf den Territorien anderer Staaten, wenn von dort Militärschläge gegen uns ausgeführt werden. Weiter erklärte der stellvertretende Leiter des russischen Sicherheitsrates, die Hilfe von NATO-Soldaten beim Einsatz westlicher Waffen in der Ukraine sei keine militärische Hilfe, sondern Teilnahme am Krieg gegen uns. Diese Tätigkeit könne ein Kasus Bedi sein. Russland könnte taktische Atomwaffen einsetzen. Aber das wäre ein fataler Fehler. Der Präsident Russlands habe zu Recht darauf hingewiesen, dass die Staaten Europas dicht besiedelt sind. Für die feindlichen Länder, die außerhalb der Reichweite taktischer Atomwaffen liegen, gäbe es schließlich noch das strategische Potenzial. Niemand könne heute ausschließen, dass der Konflikt in sein letztes Stadium übergeht, also zu einem Atomkrieg wird. Senator Andres Stlimo Paris träumt von der Entente Der russische Senator Andres Stlimo erklärte, die von Paris geplante Entsendung von Militärinstrukteuren in die Ukraine seien noch leere Worte, aber äußerst gefährlich. Dass Paris Militärinstrukteure in die Ukraine schicken will, hänge zusammen mit EU-Wahlen und der Herausforderung im Wahlkampf Marie Le Pen. Außerdem wolle sich Frankreich an Russland rächen wegen dem Verlust von Einfluss in Afrika. Dabei sei Russland nicht schuldig für den Einflussverlust. Ein dritter Grund, warum Frankreich Instrukteure in die Ukraine schicken wolle, sei, dass Paris sich gern an die Zeit der Entente 1918 erinnere, als Frankreich im Rahmen der Intervention der Entente-Mächte im russischen Bürgerkrieg ein Truppenkontingent nach Odessa entsandte. Senator Stlimo erklärte, Frankreich sei abhängig von den USA und wolle auf Druck aus Washington Instrukteure in die Ukraine entsenden. Die USA wollten die eigenen Kräfte schonen und andere ins Feuer schicken. Fernsehmoderator Soluncho. So werden die Städte in Deutschland aussehen. Der für seine patriotische Haltung bekannte Fernsehmoderator Wladimir Soluncho erklärte in seiner sonntäglichen Talkshow zu der Entscheidung von Olaf Scholz, den Ukrainern den Einsatz von Waffen gegen Russland zu genehmigen, »Russland reagiert nicht auf jeden Mückenstich mit einem Knüppel. Wir reagieren, wenn unser Staat gefährdet ist.« Der bekannte Fernsehmoderator wandte sich in seiner Talkshow am Sonntagabend direkt an die Deutschen. Er ließ verschiedene deutsche Videoklips einspielen, die er kommentierte. Zunächst sah man Annalena Baerbock auf einer Wahlkampfveranstaltung. Sie lobte die deutschen Großväter und Großmütter, die geschaffen hätten, ein freies Europa aufzubauen. Dass viele deutsche Großväter und Großmütter an einem verbrecherischen Krieg gegen Russland teilgenommen haben, erwähnte Baerbock nicht. TV-Moderator Soluncho meinte, Baerbock sei ein Nazi-Twar-Nazi-Scheusal. Der Großvater von Baerbock habe schon gegen Russland gekämpft und sei dafür ausgezeichnet worden. Die Deutschen wollen uns wieder und wieder vernichten, so der Moderator. Dann ließ Soluncho Luftaufnahmen der deutschen Welle von der ukrainischen Stadt Volchansk einblenden, die zum Teil von russischen Truppen erobert wurde und schwer zerstört ist. Man sah rauchende Trümmer und zerschossene Häuser. Der Fernsehmoderator erklärte mit lauter Stimme, so werden die Städte in Deutschland aussehen und noch schlimmer, wir werden alles vernichten und der russische Soldat wird bei euch bleiben, sodass ihr nicht nochmal angreifen könnt. Schließlich erklärte Soluncho, Deutschland gäbe es nur, weil Stalin und Gorbatschow sich dafür eingesetzt hätten. Mit diesem Satz spielte Soluncho darauf an, dass die USA und Großbritannien Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst in verschiedene Teilstaaten aufteilen wollten, womit Stalin aber nicht einverstanden war. In der weiteren Diskussion erklärte Soluncho ein Ziel für die russische Armee, könnten die Aufklärungsflugzeuge in die NATO-Mitgliedsländern sein. Italien, Ungarn und Bulgarien sind gegen Angriffe auf russisches Territorium. Die Hoffnung stirbt in Russland wohl zuletzt. Das kann man aus den russischen Kommentaren herauslesen und die Hoffnung ist nicht unbegründet. Den riskanten Weg von Washington, Berlin und Paris wollen einige europäische Staaten nicht mitgehen. Italien ist dagegen, den Ukrainern Waffen zur Beschießung von russischem Territorium zur Verfügung zu stellen. Auch der Präsident von Bulgarien, Ruben Radev, hat sich ablehnend zu den Äußerungen aus Washington, Berlin und Paris geäußert. Der Premierminister von Ungarn, Viktor Orban, erklärte, wir werden nicht noch einmal gegen Russland marschieren. Vermutlich setzt der Kreml auch auf den Faktor Zeit. In der Ukraine wird fast täglich Luftalarm ausgelöst. Immer wieder werden energieerzeugende Unternehmen zerstört. Als Energielieferanten bleiben bald nur noch die ukrainische Atom- und die Wasserkraft, die Moskau aus naheliegenden Gründen nicht bombardiert. Die Ukraine bezieht zunehmend Strom aus der EU. Außerdem gehen der Ukraine Soldaten und Arbeitskräfte aus. Die russische Führung hofft offenbar, dass sich die ukrainische Bevölkerung über kurz oder lang gegen Zelensky erhebt. Beschämende Tagesschau Die Reaktion der ARD-Tagesschau auf die Erklärung von Olaf Scholz, man werde den Einsatz von deutschen Waffen auf russisches Kernland genehmigen, war ein Offenbarungseid. Hauptstadtkorrespondent Stefan Stuchlik verkündete nicht nur, er begründete auch, warum Kanzler Scholz mit Biden und Macron mitzieht. Der Druck auf die Bundesrepublik Deutschland war einfach zu groß. So Stuchlik. Das war schon häufiger ein Argument, um die deutsche Öffentlichkeit auf die Notwendigkeit einer Kriegsbeteiligung einzustimmen. Mit unabhängigem Journalismus hat diese Art der Berichterstattung rein gar nichts zu tun. Stuchlik und andere ARD-Journalisten hätten problematisieren können, warum Deutschland einen direkten militärischen Schlagabtausch mit Russland riskiert, wo doch schon einmal Millionen deutsche Soldaten auf russischer Erde gefallen oder verwundet wurden. Doch der ARD-Hauptstadtkorrespondent hat das offenbar komplett verdrängt. Er hat seine Einschätzung rausgehauen, so als ob eigentlich alles klar sei und es in der Bevölkerung keine Fragen und keine Zweifel gibt. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.